Der Letzte der Geister Die Erscheinung näherte sich gemessen, würdevoll und schweigend. Als sie dicht bei ihm war, sank Scrooge auf die Knie, denn schon in der Luft, durch die sich dieses Geisterwesen bewegte, schien es eine geheimnisvolle Finsternis zu verbreiten. Es war in ein langes, dunkles Gewand gehüllt, das Kopf, Gesicht und Gestalt verbarg und nichts davon sichtbar werden ließ als eine ausgestreckte Hand. Ohne diese wäre es nicht leicht gewesen, die Gestalt von der Nacht zu unterscheiden und von der Düsternis, die sie umgab. Er fühlte, als sie neben ihn trat, wie groß und stattlich sie war und dass ihre geheimnisvolle Gegenwart ihn mit einem tiefen Grauen erfüllte. Mehr wusste er nicht, denn noch hatte der Geist weder gesprochen noch sich geregt. »Habe ich den Geist der künftigen Weihnacht vor mir?«, fragte Scrooge. Der Geist gab keine Antwort, sondern wies mit der Hand vorwärts. »Du willst mir die Schatten von Geschehnissen zeigen, die noch nicht eingetreten sind, erst in der Zeit, die vor uns liegt«, fuhr Scrooge fort. »Habe ich recht, Geist?« Der obere Teil des Gewandes legte sich einen Augenblick lang in Falten, als ob der Geist das Haupt geneigt hätte. Das war die ganze Antwort, die Scrooge erhielt. Obgleich er unterdessen recht gut an geisterhafte Gesellschaft gewöhnt war, fürchtete sich Scrooge vor der schweigenden Gestalt so sehr, dass ihm die Beine schlotterten, und als er sich anschickte, ihr zu folgen, da merkte er, dass er kaum noch stehen konnte. Der Geist hielt einen Augenblick inne, wie in Betrachtung seines Zustandes versunken, und gab ihm Zeit, sich zu erholen. Aber Scrooge ging es nur um so schlimmer. Ein unnennbares Grauen packte ihn bei dem Bewusstsein, dass ihn hinter der dunklen Kutte unverwandt Geisteraugen anstarrten, während er, so sehr er sich auch reckte, nur eine gespenstische Hand und eine einzige große schwarze Masse erkennen konnte. »Geist der Zukunft«, rief er aus, »ich fürchte dich mehr als jeden anderen Geist, den ich schon sah. Doch weil ich weiß, dass deine Absicht ist, mir Gutes zu tun, und da ich hoffe, weiter zu leben, um ein anderer Mensch zu werden als der, der ich war, bin ich darauf gefasst, deine Gesellschaft zu ertragen, und will es auch dankbar tun. Willst du nicht mit mir sprechen?« Der Geist gab keine Antwort. Die Hand deutete geradeaus. »So führ mich«, sagte Scrooge, »führ mich weiter. Die Nacht vergeht jetzt rasch, und ich weiß, wie kostbar mir die Zeit ist. Führ mich weiter, Geist.« Die Erscheinung schwebte so von ihm fort, wie sie zu ihm gekommen war. Scrooge folgte im Schatten ihres Gewandes, das ihn hochhob, wie er meinte, und ihn forttrug. Sie schienen die Stadt kaum zu betreten, denn die Stadt schien viel mehr um sie herum empor zu schließen und sie aus eigenem Beschluss zu umzingeln. Sie waren jedenfalls da und mitten in ihrem Herzen, auf der Börse, zwischen Kaufleuten, die hin und her eilten und mit den Münzen in ihren Hosentaschen klimperten, sich in kleinen Gruppen unterhielten, auf ihre Uhren schauten und nachdenklich mit ihren großen goldenen Siegelringen spielten und so weiter, wie es Scrooge so oft gesehen hatte. Der Geist blieb neben einer kleinen Gruppe von Geschäftsleuten stehen. Da Scrooge bemerkte, dass die Hand auf sie gerichtet war, trat er näher, um ihrem Gespräch zu lauschen. Nein, sagte ein großer, dicker Mann mit einem ungeheuren Kinn. Ich weiß nicht viel darüber. Ich weiß nur, dass er tot ist. Wann ist er denn gestorben? fragte ein anderer. Ich glaube, gestern Nacht. Ach, und was hat ihm gefehlt? fragte ein Dritter, wobei er eine kräftige Prise aus einer umfangreichen Schnupftabakdose nahm. Ich dachte, den würd's nie erwischen. Weiß Gott, sagte der Erste und gähnte. Und was hat er mit seinem Geld gemacht? fragte ein Herr mit rotem Gesicht und einem Auswuchs an der Nasenspitze, der wie die Hautlappen eines Truthahns hin und her pendelte. Ich habe nichts darüber gehört, sagte der Mann mit dem großen Kinn und gärte abermals. Hat wahrscheinlich alles seiner Firma hinterlassen. Mir hat er nichts vererbt. Das ist alles, was ich weiß. Dieser Witz löste ein allgemeines Gelächter aus. Es wird wahrscheinlich eine sehr billige Beerdigung werden, sagte derselbe Sprecher. Denn bei meiner Seele, ich kenne keinen, der dahin gehen wollte. Wie wär's, tun wir uns zusammen und gehen freiwillig? Wenn's ein Mittagessen gibt, hätte ich nichts dagegen, bemerkte der Gentleman mit dem Auswuchs an der Nase. Ohne einen anständigen Happen geschieht bei mir gar nichts. Erneutes Gelächter. Also dann bin ich wohl genau genommen der Unbeteiligste unter uns, sagte der erste Sprecher, denn ich trage niemals schwarze Handschuhe und ich esse niemals zu Mittag. Aber wenn noch jemand mitgeht, stelle ich mich zur Verfügung. Wenn ich richtig drüber nachdenke, kommt's mir so vor, als ob ich sein ganz spezieller Freund gewesen wäre. Denn jedes Mal, wenn wir uns trafen, sind wir stehen geblieben und haben uns miteinander unterhalten. Adieu. Sprecher und Zuhörer schlinderten davon und mischten sich unter andere Gruppen. Scrooge kannte die Männer genau und blickte den Geist erklärungsheischend an. Die Erscheinung glitt weiter in eine Straße hinein. Ihr Finger deutete auf zwei Personen, die sich gerade trafen. Scrooge lauschte wieder und glaubte hier eine Erklärung zu finden. Er kannte auch diese Männer genau. Es waren Geschäftsleute, sehr reich und von großem Einfluss. Er hatte stets Wert darauf gelegt, bei ihnen im guten Ansehen zu stehen. Das heißt, in geschäftlicher Hinsicht, einzig und allein in geschäftlicher Hinsicht. Wie geht's? fragte der eine. Wie geht's selber? erwiderte der andere. Na ja, sagte der Erste. Jetzt hat's den alten Geizheils auch noch erwischt, oder? Hab auch davon gehört, erwiderte der Zweite. Kalt heute, wie? Gerade richtig für Weihnachten. Sie laufen wohl nicht Schlittschuh, wie? Nein, nein, hab andere Sachen im Kopf. Guten Morgen. Kein weiteres Wort. Das war ihr Treffen, ihre Unterhaltung und ihr Abschied. Scrooge neigte zuerst dazu, sich darüber zu wundern, dass der Geist so oberflächlichen Unterhaltungen ganz offensichtlich Bedeutung beimaß. Da er aber gleichzeitig einen verborgenen Sinn darin vermutete, sann er darüber nach, was es wohl für einer sein könnte. Man konnte kaum annehmen, dass sie sich auf den Tod seines alten Partners Jacob bezogen, denn das lag in der Vergangenheit und die Gefilde dieses Geistes erstreckten sich in der Zukunft. Ebenso wenig fiel ihm auf Anhieb eine Beziehung zu seiner Person ein, doch da er nicht daran zweifelte, dass sie, auf wen sie sich auch beziehen mochte, eine versteckte Leere zu seiner eigenen Besserung enthielt, beschloss er jedes Wort, das er hörte und alles, was er sah, wie einen Schatz zu hüten und besonders den Schatten seiner selbst nicht aus den Augen zu lassen, falls er auftauchen sollte. Denn er hegte eine gewisse Vermutung, dass ihm das Verhalten seines künftigen Ichs, den noch fehlenden Schlüssel liefern und zur leichten Lösung aller Rätsel beitragen würde. Er schaute sich also an Ort und Stelle nach seinem eigenen Ebenbild um. Doch in seiner gewohnten Ecke stand ein anderer Mann und obgleich die Uhr die Tageszeit anzeigte, zu der er Gewöhnliche erschien, sah er in der Menschenmenge, die durch das Portal hineinströmte, keinen, der ihm geglichen hätte. Das verwunderte ihn allerdings, denn er hatte sich innerlich schon so für eine Änderung seines Lebenswandels entschieden, dass er nun glaubte und hoffte, seine neugeborenen Entschlüsse in die Tat umgesetzt zu sehen. Still und düster, mit ausgestreckter Hand stand die Erscheinung neben ihm. Als er sich aus seinen Gröbeleien aufraffte, meinte er aus der veränderten Haltung der Hand darauf schließen zu können, dass ihn die unsichtbaren Augen scharf musterten. Das ließ ihn erschauern und heftig frösteln. Sie verließen die geschäftige Szene und gingen zu einem abgelegenen Stadtteil, in den sich Scrooge vorher noch nie gewagt hatte, obgleich er dessen Lage und schlechten Ruf wohl kannte. Die Straßen waren schmutzig und eng, die Läden und Häuser verkommen, die Menschen halbnackt, betrunken, verwahrlost, abstoßend. Gassen und Durchgänge ließen ebenso wie die zahlreichen Abfallhaufen den Überfluss an Schmutz, Gestank und Leben auf die verwinkelten Straßen rinnen. Das ganze Viertel war von Verbrechen, Schmutz und Elend geschwängert. Im hintersten Winkel dieses verrufenden Unterschlupfs lag ein niedriger, vorspringender Laden unter einem Wetterdach, wohin Eisen, alte Lumpen, leere Flaschen, Knochen und Schlachtabfälle geschafft wurden. Drinnen stapelten sich verrostete Schlüssel, Nägel, Ketten, Scharniere, Pfeilen, Wagen, Gewichte und alte Eisenteile auf dem Fußboden zuhauf. Geheimnisse, die nur wenige Lüften mochten, wurden unter Stapeln von unansehnlichen Lumpen, Haufen von ranzigem Fett und waren Begräbnishügeln von Knochen ausgebrütet und versteckt. Mitten zwischen dem Müll, mit dem er handelte, neben einem Holzkohlenofen aus alten Ziegelsteinen, hockte ein grauhaariger Schurke, fast siebzig Jahre alt, der sich gegen die kalte Zugluft von draußen durch einen bunt gescheckten Fetzenvorhang schützte, der über eine Leine geworfen war. Der Alte schmauchte seine Pfeife mit der Muße des wohlverdienten Ruhestandes. Scrooge und die Erscheinung traten zu diesem Mann, als eine Frau mit einem schweren Bündel in den Laden schlurfte. Kaum war sie jedoch drinnen, da tauchte noch eine zweite Frau auf, ebenso beladen, und ihr folgte ein Mann in abgewetztem Schwarz dicht auf den Fersen, der nicht weniger beim Anblick der beiden erschrak als diese voreinander. Nach einem kurzen Augenblick der Verblüffung, das auch der alte Mann mit der Pfeife teilte, brachen alle drei in Gelächter aus. »He, he, he! Nimm die Putzfrau alleine als erstes dran!« schrie diejenige, die zuerst eingetreten war. »Dann soll die Waschfrau alleine die zweite sein und der Gehilfe vom Leichenbestatter der dritte.« »Mal so, alter Joe, wenn das keine gute Gelegenheit ist, da haben wir uns alle drei doch wirklich aus Zufall getroffen.« »Ihr hättet auch keinen besseren Ort aussuchen können,« sagte der alte Joe und nahm seine Pfeife aus dem Mund. »Kommt rein in die gute Stube. Du hast schon seit langer Zeit freien Zutritt, das weißt du, und die anderen beiden sind auch keine Fremden. Wartet nur, bis ich die Ladentüre zumache. Ach, wie die quietscht! So ein verrostetes Stück Metall wie diese Türangel gibt's im ganzen Laden nicht und so alte Knochen wie meine auch nicht. Da geh ich jede Wette ein. Wir passen alle zu unserem Metier und wir passen gut zueinander. »Kommt in die gute Stube! Kommt in die gute Stube!« Diese gute Stube war der Raum hinter dem Flickenvorhang. Der alte Mann scharte die Glut mit einer abgebrochenen Geländerstange zusammen und nachdem er seine rauchige Lampe, denn es war spät am Abend, mit dem Mundstück seiner Pfeife geputzt hatte, schob er sich diese wieder in den Mund. Unterdessen hatte die Frau, die bereits gesprochen hatte, ihr Bündel zu Boden geworfen und setzte sich selbstbewusst auf einen Hocker. Sie stützte die Ellenbogen auf die Knie und sah die beiden anderen feindselig und herausfordernd an. »Was ist denn schon dabei, Mrs. Stilber?« fragte die Frau. »Jeder hat das Recht, an sich selber zu denken. Er hat das jedenfalls immer getan.« »Das ist die Wahrheit.« »Und wie«, sagte die Wäscherin, »da kann keiner mit.« »Na also, dann steh nicht so rum und glotz, als ob du schiss hättest, Weib. Wer weiß denn Bescheid? Wir hacken uns doch wohl nicht gegenseitig die Augen aus, was?« »Nein, ganz bestimmt nicht«, sagten Mrs. Stilber und der Mann wie aus einem Munde. »Wir wollen's nicht hoffen.« »Na also«, rief die Frau, »das reicht doch aus. Wem tut denn der Verlust von den Palumpen weh? Einem mausetoten Mann doch wohl bestimmt nicht, oder?« »Nee, wahrhaftig nicht«, sagte Mrs. Stilber und lachte. »Wenn er sie als Leiche noch hätt behalten wollen, der gemeinhaltige Geizhals,« fuhr die Frau fort, »warum hat er sich dann zu seinen Lebzeiten nicht wie ein Mensch benommen? Wenn er das nämlich getan hätte, dann wär auch jemand da gewesen, der sich in der Stunde seines Todes um ihn gekümmert hätte, und er hätt nicht Mutterseelen allein da liegen und seinen letzten Schnaufer tun müssen.« »Wenn das nicht die Wahrheit ist,« sagte Mrs. Stilber, »aber das war seine Strafe.« »Hätte doch ein bisschen Härte ausfallen können,« erwiderte die Frau, »und sie wär's. Darauf könnte ich verlassen, wenn ich noch was anderes in die Finger gekriegt hätte. Mach das Bündel auf, alter Joe, und lass mich wissen, was es wert ist. Spuck's aus und genier dich nicht. Es macht mir nichts aus, die Erste zu sein, und ich hab auch keine Angst, dass die da es sehen. Wir haben ganz genau gewusst, dass wir uns selbst bedienen, ehe wir uns hier getroffen haben. Das glaub ich wenigstens. Es ist keine Sünde. Mach das Bündel auf, alter Joe.« Aber die Höflichkeit ihrer Freunde wollte das nicht zulassen, und der Mann in dem abgewetzten schwarzen Anzug warf sich als erster in die Bresche und breitete seine Beute aus. Viel war das nicht. Ein Siegel oder zwei, ein Bleistiftkasten, ein paar Manschettenknöpfe und eine Krawattennadel ohne großen Wert. Das war alles. Sie wurden vom alten Joe eingehend geprüft und geschätzt, und dann schrieb er die Beträge, die er für jedes Stück zu zahlen bereit war, mit einem Stück Kreide an die Wand und zählte sie zusammen, als er merkte, dass nichts mehr dazu kam. »Das ist eine Rechnung,« sagte Joe, »und mehr von meinem Geld gibt's nicht, keinen Penny mehr. Und wenn du mich totflegst, wer ist der Nächste?« Mrs. Dilber war die Nächste. Bettlagen und Handtücher, ein paar Kleidungsstücke, zwei altmodische silberne Teelöffel, eine Zuckerzange und einige Paar Stiefel. Ihre Rechnung wurde auf die gleiche Art und Weise an die Wand geschrieben. »Damen geb ich immer zu viel. Das ist meine Schwäche. Damit werd ich mich noch ruinieren,« sagte der alte Joe. »Das ist Ihre Rechnung. Wenn Sie auch nur einen einzigen Penny mehr haben wollen oder mit mir handeln, dann wird's mich reuen, dass ich so großzügig gewesen bin und wird ne halbe Krone abziehen.« »Und jetzt knote mein Bündel auf, Joe,« sagte die erste Frau. Joe ließ sich auf die Knie nieder, um es beim Öffnen bequemer zu haben. Und nachdem er eine Menge Knoten aufgeknüpft hatte, zog er eine große und schwere Rolle von einem dunklen Stoff heraus. »Was soll das denn sein?« sagte Joe. »Bettvorhänge.« »Ja,« erwiderte die Frau lachend und beugte sich auf ihren unterschlagenen Armen nach vorne. »Bettvorhänge.« »Du willst damit doch wohl nicht sagen, dass du sie abgenommen hast, samt Gardinenring und allem, als er noch da gelegen hat,« fragte Joe. »Ja, aber natürlich,« erwiderte die Frau. »Warum denn nicht?« »Du bist zu Größerem geboren,« sagte Joe. »Du wirst dein Glück machen. Das ist mal sicher.« »Sicher ist, dass ich meine Hand nicht zurückhalten würde, wenn ich sie nur auszustrecken brauche, um was zu kriegen. Und das schon gar nicht wegen eines solchen Mannes, wie der einer war. Das schwöre ich dir, Joe,« erwiderte die Frau kalt. »Lass jetzt das Öl nicht auf die Laken tropfen.« »Seine Bettlaken?« fragte Joe. »Von wem denn sonst, hä?« erwiderte die Frau. »Er wird sich ohne sie auch nicht mehr erkälten.« »Er ist doch hoffentlich nicht an was Ansteckendem gestorben.« »Wie?« fragte der alte Joe, hielt in seiner Arbeit inne und schaute auf. »Da brauchst du keine Angst zu haben,« erwiderte die Frau. »So lieb war mir seine Gesellschaft auch nicht, dass ich mich bei sowas noch lange bei ihm aufgehalten hätte, nicht wegen der paar Kröten. Ah, an dem Hemd, da kannst du herumsuchen, bis dir die Augen aus dem Kopf fallen. Du wirst kein einziges Loch entdecken, keine dünne Stelle. Es ist das Beste, das er hatte, und elegant ist es auch. Sie hätten es vergeudet, wenn ich nicht gewesen wäre.« »Was meinst du mit vergeudet?« fragte der alte Joe. »Sie haben es ihm natürlich angezogen, damit er drin beerdigt wird,« erwiderte die Frau mit einem Lachen. »Jemand war blöd genug dazu, aber ich hab's ihm wieder ausgezogen. Dafür ist Cartoon gerade gut genug. Wofür denn sonst? Der Leiche steht da genauso gut. Hässlicher als in dem Hemd, da hat er auch nicht ausgesehen.« Scrooge lauschte diesem Gespräch mit Entsetzen. Wie sie so um ihre Beute geschah, da saßen, im kümmerlichen Licht, das die Lampe des alten Mannes von sich gab, betrachtete er sie mit Abscheu und Ekel, die kaum größer hätten sein können, wenn sie zottige Dämonen gewesen wären, die um den Leichnam selber feilschten. »Haha!« lachte dieselbe Frau, als der alte Joe einen Flanellbeutel mit Geld hervorzog und ihnen die betreffenden Beträge auf dem Fußboden hinzählte. »Seht ihr? Das ist das Ende. Als er noch lebendig war, da hat er alle abgeschreckt. Und nun, wo er tot ist, haben wir den Profit davon.« »Geist«, sagte Scrooge und zitterte am ganzen Leibe. »Ich sehe es ein. Ich sehe es ein. Der Fall dieses Unglücklichen könnte mein eigener sein. Das ist der Lauf, den mein Leben jetzt nimmt. Grundgütiger Himmel, was ist das?« Er wich entsetzt zurück, denn der Schauplatz hatte sich verändert, und jetzt berührte er fast ein Bett, ein kahles Bett, ohne Vorhänge, auf dem unter einem zerfetzten Laken ein verhülltes Etwas lag, das obgleich stumm sich in einer schrecklichen Sprache erklärte. Der Raum war stockfinster, zu dunkel, um genau erforscht zu werden, obgleich sich Scrooge einem geheimen Impuls folgend sehr gründlich umschaute, um zu erfahren, was für ein Raum das war. Ein bleiches Licht fiel von draußen direkt auf die Bettstadt, und auf ihr, ausgeplündert und beraubt, unbeweint und unbewacht, lag der Leichnam dieses Mannes. Scrooge warf dem Geist einen Blick zu, er deutete mit unbeweglicher Hand auf den Kopf. Das Laken war so nachlässig darüber gebreitet, dass schon das leiseste Anheben, ja nur eine Berührung von Scrooges Finger das Anlitz entblößt hätte. Er dachte daran, es zu tun, sah auch, wie leicht es wäre, und es drängte ihn dazu, doch er besaß ebenso wenig die Kraft, den Schleier wegzuziehen, wie den Schemen an seiner Seite fortzuschicken. Oh, du kalter, kalter, unerbittlicher, schrecklicher Tod! Schlag deinen Altar hier auf und schmück ihn mit allen Schrecken, über die du verfügst, denn hier ist dein Reich. Aber einem geliebten, verehrten und geachteten Haupt kannst du kein Haar krümmen, auch zu deinen finsteren Zwecken nicht, kannst keinen seiner Züge entstellen. Nicht darauf kommt es mir an, dass die Hand schwer ist und herabfällt, wenn man sie loslässt. Nicht darauf kommt es an, dass Herz und Pulsschlag stillstehen, einzig und allein darauf, dass die Hand einst offen war, freigebig und zuverlässig, das Herz tapfer, warm und zärtlich, und dass der Puls in einem Menschen schlug. Schlag nur zu, schlag zu, schlag zu, aber sieh, wie seine guten Taten aus der Wunde quellen, um die Welt mit ihrem unsterblichen Leben zu befruchten. Es war keine irdische Stimme, die diese Worte in Scrooges Ohren sprach, und dennoch konnte er sie deutlich vernehmen, als er zum Bette blickte. Er dachte, wenn dieser Mann sich jetzt erheben könnte, was wären seine allerersten Gedanken? Habsucht? Gnadenlose Geschäfte? Drückende Sorgen? Sie haben ihn wahrhaftig weit gebracht. Da lag er nun in dem finster verlassenen Haus, kein Mann, keine Frau, kein Kind an der Seite, die gesagt hätten, er ist gut zu mir gewesen, in dieser oder jener Hinsicht, und in Erinnerung an ein einziges freundliches Wort will ich es ihm vergelten. Eine Katze kratzte an der Tür, und unter den Kaminsteinen hörte man die Ratten nagen. Was sie in diesem Raum des Todes suchten, warum sie so besessen und unruhig waren, wagte sich Scrooge nicht vorzustellen. Geist, sagte er, das ist ein schrecklicher Ort. Wenn ich ihn verlasse, lass ich nicht seine Lehre fahren, das kannst du mir glauben. Lass uns gehen. Noch immer deutete das Haupt mit unbeweglichem Finger auf das Haupt. Ich verstehe dich, erwiderte Scrooge, und ich würde es auch tun, wenn ich könnte, aber ich habe die Kraft nicht, Geist, ich habe keine Kraft. Abermals schien er ihn anzusehen. Wenn es irgendeinen Menschen in dieser Stadt gibt, der sich durch dieses meines Todes bewegt fühlt, bat Scrooge in Todesangst, so zeig ihn mir, Geist, ich flehe dich an. Die Erscheinung breitete ihr dunkles Gewand einen Augenblick wie Schwingen vor ihm aus, und als es wieder zusammenschlug, enthüllte es einen Raum im Tageslicht, in dem sich eine Mutter mit ihren Kindern befand. Sie erwartete jemanden, ängstlich gespannt, denn sie ging in diesem Raume hin und her, fuhr bei jedem Geräusch zusammen, schaute zum Fenster hinaus, warf einen Blick auf die Uhr, versuchte vergeblich weiterzunähen und konnte kaum das Geschrei des spielenden Kinder ertragen. Schließlich hörte man das lang erwartete Klopfen. Sie eilte zur Tür und empfing ihren Gatten, einen Mann mit einem verhärmten und niedergeschlagenen Gesicht, nicht, obgleich er noch jung war. Er trug jetzt einen merkwürdigen Ausdruck, eine Art ernster Freude, deren er sich schämte und die er zu unterdrücken sich bemühte. Er setzte sich zum Essen nieder, das für ihn am Feuer warmgestellt worden war, und als sie ihn zaghaft fragte, was erst nach langem Schweigen geschah, was für Nachricht er brächte, schien er so verwirrt zu sein, dass er nicht antworten konnte. Steht es gut, sagte sie, oder schlimm, um ihm zu helfen? Schlimm, antwortete er. Dann sind wir ruiniert? Nein, es besteht noch Hoffnung, Caroline. Wenn er nicht mehr so unbarmherzig ist, sagte sie verwundert, dann besteht wirklich welche. Nichts ist hoffnungslos, wenn so ein Wunder geschehen ist. Er ist jenseits von Unbarmherzigkeit, sagte ihr Mann. Er ist tot. Wenn ihr Anlitz die Wahrheit sprach, war sie ein sanftes und geduldiges Wesen, aber als sie das hörte, war sie aus tiefstem Herzen dafür dankbar und sprach es mit gefalteten Händen aus. Das bereute sie schon im nächsten Augenblick wieder und bat um Vergebung, doch das erste war die Empfindung ihres Herzens gewesen. Was das halb betrunkene Weib, von dem ich dir gestern Abend erzählte, gesagt hat, als ich ihn noch einmal besuchen und eine Woche Aufschub erbitten wollte, und was ich für eine bloße Ausrede hielt, um mich abzuweisen, hat sich als Wahrheit herausgestellt. Er war nicht nur schwer krank, er lag da schon im Sterben. Auf wen werden unsere Schulden übertragen werden? Das weiß ich nicht, aber bis dahin werden wir das Geld zusammen haben, und auch wenn nicht, so wäre es schon mehr als Pech, wenn wir in seinem Nachfolger einen ebenso unbarmherzigen Gläubiger fänden. Heute Nacht können wir wenigstens mit leichtem Herzen schlafen, Caroline. Ja, auch wenn sie es zu unterdrücken versuchten, ihre Herzen waren unbeschwerter. Die Gesichter der Kinder, die sich wortlos um sie drängten, um zu erfahren, was sie kaum verstanden, hältten sich auf, und es war ein glücklicheres Haus durch den Tod dieses Mannes geworden. Die einzige Gefühlsbewegung, die ihm der Geist als durch dies eigentlich traurige Ereignisse hervorgerufen vorweisen konnte, war die der Freude. Lass mich etwas Güte und Zärtlichkeit in Verbindung mit einem Tod sehen, bat Scrooge, sonst wird mir diese dunkle Kammergeist, die wir gerade verlassen haben, für ewig vor Augen stehen. Der Geist führte ihn durch verschiedene Straßen, die ihm vertraut vorkamen, und während sie dahin gingen, hielt Scrooge nach allen Seiten Ausschau, um sich selbst zu entdecken, war aber nirgendwo zu sehen. Sie betraten das Haus des armen Bob Cratchit, die Wohnung, die er schon einmal aufgesucht hatte, und fanden die Mutter und die Kinder ums Feuer sitzen. Die Mutter und die Töchter waren mit Nähen beschäftigt, auch sie waren vollkommen still. Er rief ein Kind zu sich und stellte das mitten unter sie. Wo hatte Scrooge diese Worte schon einmal gehört? Geträumt hatte er sie nicht. Der Junge musste sie vorgelesen haben, als Scrooge und der Geist gerade über die Schwelle traten. Warum aber fuhr er nicht fort? Die Mutter legte ihre Näharbeit auf den Tisch und fuhr sich mit der Hand übers Gesicht. Die Farbe flimmert mir vor Augen, sagte sie. Die Farbe? Ach, armer Klein-Tim. Jetzt sind sie schon wieder besser, fuhr Mrs. Cratchit fort. Das Kerzenlicht macht sie mir zu müde, und ich will eurem Vater doch keine müden Augen zeigen, wenn er nach Hause kommt, nicht um alle Welt. Es ist auch allmählich seine Zeit. Fast schon vorbei, antwortete Peter und klappte sein Buch zu. Aber ich glaube, er ist in den letzten Tagen etwas langsamer als sonst gegangen, Mutter. Sie versanken wieder in Schweigen. Schließlich sagte sie mit fester, fröhlicher Stimme, die nur ein einziges Mal zitterte, Ich weiß noch genau, wie er mit... Ich weiß noch, wie er mit Klein-Tim auf den Schultern angelaufen kam. Wirklich sehr schnell. Das weiß ich auch, rief Peter, und wie oft. Ich auch, rief ein anderes Kind. Sie wussten es alle. Aber er war sehr leicht zu tragen, fuhr sie fort und nahm ihre Arbeit wieder auf. Und sein Vater hat ihn so geliebt, dass es ihm gar keine Mühe war, gar keine Mühe. Und da ist euer Vater an der Tür. Sie eilte ihm entgegen und Bob mit seinem langen Wollschal trat ein. Sein Tee stand schon auf dem Dreifuß für ihn bereit und alle wetteiferten, wer ihn am besten bediente. Die beiden jüngsten Cratchits kletterten auf seine Knie und schmiegten ihre kleinen Wangen an sein Gesicht, als ob sie sagen wollten, sei nicht traurig, Vater, gräme dich nicht. Bob ging mit ihnen sehr heiter um und unterhielt sich munter mit der ganzen Familie. Er betrachtete die Näharbeit, die auf dem Tisch lag, und lobte den Fleiß und die Schnelligkeit von Mrs. Cratchit und den Mädchen. Sie würden ja lange vor Sonntag fertig sein, sagte er. »Sonntag? Du warst heute da, Robert?« fragte seine Frau. »Ja, meine Liebe,« erwiderte Bob, »ich wünschte, du hättest mitkommen können. Es hätte dir wohl getan, wenn du gesehen hättest, was für ein grünes Fleckchen das ist. Aber du wirst es noch oft genug sehen. Ich habe ihm versprochen, ich habe ihm versprochen, dass ich sonntags immer hingehen werde.« »Ach, mein kleines, kleines Kind!« schluchzte Bob auf. »Mein kleiner Junge!« Er brach plötzlich zusammen. Er konnte nichts dagegen machen, und wenn, dann wären er und sein Kind vielleicht weiter voneinander getrennt gewesen, als sie es jetzt waren. Er verließ das Zimmer und ging die Treppe hinauf und in den oberen Raum, der freundlich erleuchtet und weihnachtlich geschmückt war. Dicht neben dem Kind stand ein Stuhl und alle Anzeichen deuteten darauf hin, dass eben erst jemand dort gewesen war. Der arme Bob ließ sich darauf nieder und nachdem er ein wenig nachgedacht und sich gefasst hatte, küßte er das kleine Gesicht. Er hatte sich in das ergeben, was geschehen war, und er ging ganz getröstet wieder hinunter. Sie setzten sich ums Feuer und plauderten, wobei die Mädchen und die Mutter noch weiter arbeiteten. Bob erzählte ihnen von der außergewöhnlichen Freundlichkeit von Mr. Scrooge's Neffen, den er erst einmal gesehen, und der ihn, als er ihn heute auf der Straße traf und ihm ansah, dass er ein wenig, nur ein wenig niedergeschlagen, du weißt ja, ausgesehen hatte, gleich fragte, was ihn denn betrübe. Daraufhin, sagte Bob, denn er ist der liebenswürdigste Herr, den ihr euch denken könnt, habe ich ihm alles erzählt. Da hat er gesagt, das tut mir herzlich leid für Sie, Mr. Cratchit, und es tut mir auch herzlich leid für Ihre gute Frau. Woher er das übrigens wusste, das kann ich nicht sagen. Was denn, wusste, mein Liebster? Na, dass du eine gute Frau bist, erwiderte Bob. Das weiß doch jeder, sagte Peter. Vortrefflich beobachtet, mein Junge, rief Bob, und das will ich auch hoffen. Tut mir herzlich leid, hat er gesagt, für Ihre gute Frau, und dann hat er noch gesagt und mir seine Karte gegeben. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann, da haben Sie meine Adresse. Bitte kommen Sie zu mir. Also, rief Bob, es ging ja gar nicht um das, was er vielleicht für uns tun könnte. Es war diese Freundlichkeit von ihm, die hat mir so wohlgetan. Es kam mir wirklich so vor, als ob er unseren kleinen Tim gekannt hätte und mit uns fühlte. Er hat sicher ein gutes Herz, sagte Mrs. Cratchit. Da wärst du noch viel sicherer, meine Liebe, erwiderte Bob, wenn du ihn gesehen und gesprochen hättest. Es würde mich gar nicht wundern und denkt an meine Worte, wenn er Peter eine bessere Stellung verschaffen würde. Hör doch nur, Peter, sagte Mrs. Cratchit. Und dann, rief eins der Mädchen, wird sich Peter jemanden anlachen und sich selbstständig machen. Ihr reicht mir schon, entgegnete Peter und grinste. Dass sowas mal passiert, sagte Bob, das ist nicht unwahrscheinlich, obwohl wir noch reichlich Zeit dafür haben, meine Liebe. Aber wie und wann sich auch unsere Wege trennen mögen, ich bin fest davon überzeugt, dass keiner von uns den armen kleinen Tim vergessen wird, nicht wahr? Und diesen ersten Abschied, den wir erlebt haben. Niemals, Vater, riefen alle. Und ich weiß auch, fuhr Bob fort, ich weiß ganz genau, meine Lieben, dass wir, wenn wir daran denken, wie geduldig und wie sanft er war, obwohl doch noch ein kleines, kleines Kind, dass wir uns nicht so leicht zerstreiten werden, denn dabei würden wir klein Tim vergessen. Nein, niemals, Vater, riefen sie wieder einstimmig. Da bin ich sehr glücklich. sagte Bob, sehr glücklich. Mrs. Cratchit küßte ihn, seine Töchter küßten ihn, die beiden jüngsten Cratchits küßten ihn, und Peter schüttelte ihm die Hand. Geist von Klein Tim, der Kern seines kindlichen Wesens kam von Gott. Geist, sagte Scrooge, irgendetwas sagt mir, das unserer Abschiedsstunde bevorsteht. Ich weiß es, aber ich weiß nicht, wie. Sagst du mir, wer der Mann war, den wir der Tod haben liegen sehen? Der Geist der künftigen Weihnacht führte ihn wie zuvor, obgleich zu einer anderen Tageszeit, wie ihm vorkam, in diesen letzten Visionen schien überhaupt keine Ordnung zu bestehen, außer, dass sie in der Zukunft lagen, in die Gegend der Geschäftsleute, zeigte ihm aber nicht sein eigenes Ich. Der Geist verweilte nirgendwo, sondern schritt unaufhaltsam weiter, wie zu dem jetzt ersehnten Ende, bis Scrooge ihn anflehte, einen Augenblick innezuhalten. Dieser Hof, sagte Scrooge, den wir jetzt durcheilen, gehört seit langer Zeit zu meiner Arbeitsstätte. Ich sehe das Haus. Lass mich doch erkennen, was ich in Zukunft sein werde. Der Geist blieb stehen und deutete in eine andere Richtung. Das Haus liegt drüben, rief Scrooge. Warum zeigst du von ihm fort? Die unerbitterliche Figur wich nicht von der Richtung ab. Scrooge rannte zum Fenster seines Kontors und blickte hinein. Es war immer noch ein Kontor, aber nicht mehr seins. Die Einrichtung hatte gewechselt und die Gestalt auf dem Stuhl war nicht er selbst. Die Schattengestalt deutete weiter in die gleiche Richtung. Er gesellte sich wieder zu ihr und während er noch überlegte, warum er dort weggezogen war und wohin, begleitete er sie, bis sie auf ein eisernes Tor stießen. Er blieb stehen, bevor er eintrat und schaute sich um. Ein Friedhof. Hier lag also der unglückselige Mann, dessen Namen er nun erfahren sollte, unter der Erde. Es war ein angemessener Ort, von Häusern eingemauert, von Gras und Unkraut überwuchert, was den Tod der Vegetation bedeutet, nicht ihr Leben. Er stickt unter viel zu vielen Gräbern, aufgebläht von übersättigter Gier. Wahrhaftig ein würdiger Ort. Der Geist stand zwischen den Gräbern und deutete auf eins hinab. Zitternd schritt Scrooge darauf zu. Die Schattengestalt war unverändert, aber er fürchtete, in ihrer strengen Gestalt eine neue Bedeutung zu erkennen. Ehe ich mich diesem Stein nähere, auf den du zeigst, sagte Scrooge, beantworte mir eine Frage. Sind dies die Schatten von Dingen, die sein werden, oder sind es die Schatten von Dingen, die nur sein könnten? Noch immer deutete der Geist auf das Grab, neben dem er stand. Die Wege der Menschen lassen ein bestimmtes Ende ahnen, zu dem sie führen, wenn man sie verfolgt, sagte Scrooge. Wenn man aber von diesem Wege abweicht, wird auch das Ende anders. Sag, dass es auch bei dem, was du mir zeigst, so ist. Der Geist war reglos wie immer. Scrooge kroch darauf zu und zitterte bei jedem Schritt. Er folgte dem Finger und las auf dem Stein des verwahrlosten Grabes seinen eigenen Namen. Ebenezer Scrooge. Bin ich der Mann, der auf diesem Bett lag? schrie er auf seinen Knien. Der Finger deutete vom Grab auf ihn und wieder zurück. Nein, Geist! Oh nein, nein! Der Geist verhärte, wo er war. Geist! rief er und klammerte sich verzweifelt an dessen Umhang fest. Hör mich an! Ich bin nicht mehr der Mann, der ich war. Ich will nicht der Mann sein, der ich ohne diesen Umgang mit euch hätte werden müssen. Warum zeigst du mir das, wenn mir keine Hoffnung mehr bleibt? Zum ersten Mal schien die Hand zu beben. Guter Geist! fuhr er fort und warf sich vor ihm zu Boden. Deine Natur tritt für mich ein und schenkt mir Mitleid. Gönn mir die Gewissheit, dass ich diese Schatten, die du mir gezeigt hast, durch ein anderes Leben noch ändern kann. Die freundliche Hand zitterte. Ich will Weihnachten ehren und versuchen, es das ganze Jahr zu beherzigen. Ich will in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben. Die Geister aller drei sollen in mir wirken. Ich will mich den Lehren, die sie mir erteilten, nicht verschließen. Ach, sag mir doch, dass ich die Schrift auf diesem Steine abwischen kann. In seiner Todesangst griff er nach der Schattenhand. Sie versuchte, sich zu befreien, aber er besaß in seinem flehentlichen Drang Riesenkräfte und ließ nicht locker. Der Geist war aber noch stärker und stieß ihn zurück. Als er seine Hände in einer letzten Bitte erhob, sein Schicksal doch zu wenden, sah er, wie sich die Kutte der Schattengestalt änderte. Sie schrumpfte, fiel in sich zusammen und verschwand in einem Bettpfosten. Das Ende vom Lied Es war sein eigener Bettpfosten. Es war sein eigenes Bett. Es war sein eigenes Zimmer. Und was das Schönste und Beste war, die Zeit, die vor ihm lag, war seine eigene Zeit, in der er vieles besser machen konnte. Ich werde in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft leben, wiederholte Scrooge, als er aus dem Bett stieg. Die Geister von allen dreien sollen in mir wirken. Oh, Jacob Marley, Himmel und Weihnacht, sei Dank dafür. Das muss ich auf meinen Knien sagen, alter Jacob, auf meinen Knien. Er war so aufgeregt und glühte so von guten Vorsätzen, dass ihm seine gebrochene Stimme kaum gehorchte. Bei seiner Auseinandersetzung mit dem Geist hatte er so heftig geschluchzt, dass sein Gesicht noch von den Tränen gebadet war. Sie sind nicht abgerissen, rief Scrooge und umarmte einen von seinen Bettvorhängen. Sie sind nicht abgerissen, samt Gardinenring und allem. Sie sind noch da und ich bin noch da. Die Schatten dessen, was gekommen wäre, können sich auflösen und das werden sie auch. Das weiß ich ganz bestimmt. Die ganze Zeit aber beschäftigten sich seine Hände mit seinen Kleidungsstücken. Er krempelte sie um, zog sie verkehrt herum an, zerriss sie, zerlegte sie und stellte jeden erdenklichen Unfug damit an. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll, rief Scrooge und weinte und lachte im selben Atemzug, wobei er sich mit seinen Strümpfen zu einem echten Laokoon verrenkte. Ich bin so leicht wie eine Feder, ich bin so selig wie ein Engel, so lustig wie ein Schuljunge. Mir ist so schwindlig wie einen Betrunkenen. Fröhliche Weihnachten euch allen, der ganzen Welt ein fröhliches neues Jahr. Hallo, ihr da, Hallihallo! Er war ins Wohnzimmer hinuntergehüpft und stand nun völlig außer Atem da. Wo ist der Topf, in dem die Hafergrütze war? rief Scrooge und fing wieder an, um den Kamin herum zu hüpfen. Da ist die Tür, durch die der Geist von Jacob Marley eintrat. Da ist die Ecke, wo der Geist der gegenwärtigen Weihnacht saß. Da ist das Fenster, wo ich die wandernden Schatten sah. Alles stimmt, alles ist wahr, alles ist wirklich passiert. Wirklich, für einen Mann, der seit so vielen Jahren außer Übung war, war das ein ausgezeichnetes Gelächter, ein höchst bemerkenswertes Lachen, Urvater einer langen, langen Geschlechterkette von herrlichen Gelächtern. Ich habe keine Ahnung, der wieviel der heute ist, sagte Scrooge. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich bei den Geistern war. Ich habe von nichts mehr eine Ahnung. Ich bin wie ein Wickelkind und das macht mir gar nichts aus. Es ist mir gleich. Ich wäre sogar lieber ein Wickelkind. Hallo, hopsatralala. Seinem Wonnerausch wurde durch die Glocken Einhalt geboten, die das lieblichste Geläut erklingen ließen, das er jemals gehört hatte. Bim, bam, bim, bam, kling, klang, Gloria, oh, herrlich, himmlisch. Er lief zum Fenster, riss es auf und streckte den Kopf hinaus. Kein Nebel mehr, alles klar und hell und strahlend, erfrischend und kalt, so knackend kalt, dass einem das Blut in den Adern tanzte. Goldener Sonnenschein, göttliches Firmament, süße, frische Luft, fröhliche Glocken, oh, herrlich, herrlich, himmlisch. Was ist heute für ein Tag? rief Scrooge zu einem Jungen in Sonntagskleidern hinunter, der wahrscheinlich nur hereingeschlendert war, um sich etwas umzusehen. Wie? fragte der Junge zurück, völlig fassungslos. Was ist heute für ein Tag, mein junger Freund? fragte Scrooge. Heute? antwortete der Junge. Na, Weihnachten. Es ist Weihnachten, murmelte Scrooge. Dann hab ich's doch nicht verpasst. Die Geister haben alles in einer einzigen Nacht erledigt. Sie können alles, was sie wollen. Ja, natürlich. Hallo, mein junger Freund. Hallo, rief der Junge zurück. Kennst du die Geflügelhandlung in der übernächsten Straße an der Ecke? fragte Scrooge. Ja, das will ich wohl hoffen, erwiderte der Scrooge. Ein gescheites Kerlchen, sagte Scrooge, ein bemerkenswerter Knabe. Weißt du zufällig, ob sie den erstklassigen Truthahn schon verkauft haben, der dort hing, aber nicht den kleinen, den großen? Was? Etwa den, der so groß wie ich ist? Erwiderte der Junge. Was für ein entzückender Knabe, sagte sich Scrooge. Es ist ein Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten. Ja, mein Söhnchen. Ja, der hängt immer noch da, antwortete der Junge. Wirklich? fragte Scrooge. Dann lauf und kauf ihn. Denkste? schrie der Junge. Nein, nein, sagte Scrooge. Es ist mir ernst. Lauf ihn über und kauf ihn und sag, dass sie ihn herschicken, damit ich ihnen Anweisung geben kann, wohin sie ihn liefern sollen. Komm am besten mit dem Verkäufer zurück, dann gebe ich dir einen Schilling und wenn du weniger als fünf Minuten von ihm zurückkommst, dann kriegst du eine halbe Krone. Der Junge schoss wie ein Pfeil davon. Wer einen Schuss in der halben Zeit hätte abgeben können, der hätte eine sehr ruhige Hand am Abzug haben müssen. Ich werde ihn zu Bob Cratchit schicken, flüsterte Scrooge, rieb sich die Hände und platzte fast vor Lachen. Und er darf nicht wissen, von wem er stammt. Der Vogel ist doppelt so groß wie klein Tim. So einen guten Witz hat Joe Miller noch nie gemacht, wie es meine Sendung ein Bob sein wird. Die Hand, mit der er die Anschrift schrieb, war nicht ruhig, aber er schaffte es irgendwie doch und ging die Treppe hinunter, um die Haustür für den Boten vom Geflügelhändler zu öffnen. Als er dort stand und auf seine Ankunft wartete, fiel ihm der Türklopfer ins Auge. Den werde ich lieben, solange ich lebe, rief Scrooge aus und beklopfte ihn freundlich. Früher habe ich ihn kaum beachtet, was für ein ehrlicher Ausdruck auf seinem Gesicht liegt. Wirklich ein wunderbarer Türklopfer. Da kommt ja der Truthahn. Hallo, wie geht's, wie steht's? Fröhliche Weihnachten! Das war vielleicht ein Truthahn. Er hätte sich nie auf den Beinen halten können, dieser Vogel. Sie wären im Nu unter ihm eingeknickt, wie Siegellackstangen. Das ist ja unmöglich, ihn bis Kemptentown zu tragen, stellte Scrooge fest. Sie brauchen eine Droschke. Das Kichern, mit dem er das sagte und das Kichern, mit dem er den Truthahn bezahlte und das Kichern, mit dem er die Droschke bezahlte und das Kichern, mit dem er dem Jungen sein Trinkgeld gab, wurden nur noch von dem Kichern übertroffen, mit dem er sich wieder atemlos auf seinen Stuhl setzte und kicherte, bis ihm die Tränen kamen. Es fiel ihm nicht leicht, sich zu rasieren, weil seine Hand immer noch so zitterte, und rasieren erfordert Konzentration, selbst wenn man dabei nicht tanzt. Doch selbst wenn er sich die Nasenspitze abgeschnitten hätte, so hätte er sich nur ein Stück Pflaster draufgeklebt und wäre ganz zufrieden gewesen. Er zog sich seinen besten Anzug an und ging dann endlich auf die Straße. Um diese Zeit strömten die Menschen nur so, wie er es mit dem Geist der gegenwärtigen Weihnacht gesehen hatte, und Scrooge, der mit den Händen auf dem Rücken spazierte, musterte sie alle miteinander mit entzückendem Lächeln. Er wirkte insgesamt so unwiderstehlich vergnügt, dass ihn drei oder vier gut gelaunte Burschen grüßten und sagten »Guten Morgen, Sir! Fröhliche Weihnachten!« Und Scrooge sagte später noch oft, dass von allen fröhlichen Tönen, die er gehört hätte, diese seinen Ohren am fröhlichsten geklungen hätten. Er war noch nicht weit gegangen, da sah er den stattlichen Herrn auf sich zukommen, der am Tag zuvor in sein Kontor gekommen war und gefragt hatte »Gehe ich recht in der Annahme, Scrooge und Marley?« Es gab ihm einen Stich ins Herz, wenn er sich vorstellte, mit welchen Blicken ihn dieser alte Herr bei ihrer Begegnung mustern würde. Er wusste aber, welcher Weg vor ihm lag, und er schlug ihn ein. »Mein verehrter Herr«, sagte Scrooge, indem er seinen Schritt beschleunigte und beide Hände des alten Herrn ergriff. »Wie geht es Ihnen? Hoffentlich hatten Sie gestern guten Erfolg. Es war sehr liebenswürdig von Ihnen. Fröhliche Weihnachten, Sir!« »Mr. Scrooge?« »Ja«, antwortete Scrooge, »das ist mein Name, und ich fürchte, der klingt nicht gut in Ihren Ohren. Gestatten Sie mir, um Verzeihung zu bitten, und würden Sie die Güte haben?« Hier flüsterte Scrooge ihm etwas ins Ohr. »Gott behüte«, rief der Herr, als bliebe ihm die Luft weg. »Mein lieber Mr. Scrooge, ist das Ihr Ernst?« »Wenn es Ihnen recht ist«, antwortete Scrooge, »aber kein Tüttelchen weniger. Darin sind auch sehr viele Nachzahlungen enthalten. Das kann ich Ihnen versichern. Wollen Sie mir also den Gefallen tun?« »Mein Herr«, sagte der andere und schüttelte ihm die Hand, »ich weiß gar nicht, was ich sagen soll zu so viel Großzü.« »Dann sagen Sie doch bitte gar nichts«, erwiderte Scrooge. »Besuchen Sie mich einfach. Mögen Sie zu mir kommen?« »Und ab«, rief der alte Herr, und es war klar, dass er es wirklich wollte. »Herzlichen Dank«, sagte Scrooge. »Ich bin Ihnen wirklich zutiefst verbunden. Tausend lieben Dank. Gott segne Sie.« Er ging in die Kirche und wanderte durch die Straßen. Er schaute zu, wie die Leute hin und her eilten und streichelte Kindern den Kopf. Er fragte Bettler aus und schaute in die Kellerküchen der Häuser hinein und hinauf zu den Fenstern. Und er stellte fest, dass ihm alles Freude bereiten konnte. Er hätte es sich nie träumen lassen, dass ein Spaziergang, dass überhaupt irgendetwas, ihm so viel Glück schenken konnte. Am Nachmittag lenkte er seine Schritte zum Haus seines Neffen. Er ging ein Dutzend Mal an der Tür vorbei, ehe er den Mut fand, die Stufen hinauf zu steigen und zu klopfen. Aber dann nahm er einen Anlauf und tat es doch. »Ist dein Herr zu Hause, liebes Kind?« fragte Scrooge das Mädchen. »Ein nettes Mädchen. Sehr nett.« »Ja, mein Herr.« »Wo ist er denn, liebes Kind?« fragte Scrooge. »Er ist im Esszimmer mit der Gnädigen. Ich führe Sie rauf, wenn's recht ist.« »Danke, danke. Er kennt mich,« sagte Scrooge, die Hand schon auf der Klinke der Esszimmertür. »Ich geh hier rein, mein Kind.« Er öffnete sie vorsichtig und schob den Kopf um die Tür herum. Sie musterten gerade den Esstisch, der mit großem Aufwand gedeckt war. Denn diese jungen Hausfrauen sind in dieser Beziehung immer etwas nervös und vergewissern sich gerne, dass alles in Ordnung ist. »Fred!« sagte Scrooge. »Ach, du liebe Güte!« wie seine angeheiratete Nichte da zusammenfuhr. Scrooge hatte im Augenblick ganz vergessen, dass sie mit ihrem Fußschemel in der Ecke gesessen hatte, sonst hätte er es keinesfalls getan. »Ja, Gott behüte!« rief Fred. »Wer ist denn das?« »Ich, dein Onkel Scrooge. Ich bin zum Essen gekommen. Darf ich eintreten, Fred?« Ob er eintreten dürfte? Er konnte froh und dankbar sein, dass ihm Fred nicht den Arm vom Leibe schüttelte. Er war in fünf Minuten wie zu Hause. Keiner hätte herzlicher sein können. Das galt auch von der Nichte, und von Topper, als er eintrat, und von der molligen Schwester, als sie eintraf, und von allen anderen. Eine wundervolle Gesellschaft, wundervolle Spiele, wundervolle Harmonie, wundervolle Glückseligkeit. Aber am nächsten Morgen war er pünktlich im Büro. Oh, und wie pünktlich er war! Dass er nur der Erste war und Bob dabei erwischte, wie er zu spät kam, das hatte er sich fest vorgenommen. Und es klappte ja, es klappte wirklich. Die Uhr schlug neun, kein Bob. Ein Viertel nach, kein Bob. Er kam geschlagene achtzehn und eine halbe Minute zu spät. Scrooge saß mit Sperrangel weit offener Tür, damit er ihn in seine Zelle kommen sah. Den Hut hatte er schon abgenommen, ehe er die Tür geöffnet hatte, und seinen langen Wollschal auch. Er saß im Nu auf seinem Hocker und kratzte mit der Feder drauf los, als ob er die neunte Stunde noch einholen wollte. Hallo, grollte Scrooge in seiner gewöhnlichen Stimme, so gut er sie noch nachmachen konnte. Was bilden Sie sich ein, zu dieser Tageszeit hierher zu kommen? Es tut mir leid, Mr. Scrooge, sagte Bob. Ich hab mich wirklich verspätet. So, fragte Scrooge. Ja, ja, das haben Sie wohl. Kommen Sie mal gefälligst hierher. Es ist doch nur einmal im Jahr, bat Bob und schob sich aus seinem Kasten heraus. Es soll nicht wieder vorkommen. Ich habe gestern ein bisschen gefeiert. Also, ich will Ihnen mal was sagen, mein Freund. sagte Scrooge. Ich bin nicht gewillt, solche Sachen noch länger zu ertragen. Und deshalb, fuhr er fort, sprang von seinem Stuhl und gab Bob einen solchen Puff gegen die Brust, dass er wieder in seinen Kasten zurücktaumelte. Und deshalb bin ich im Begriff, Ihr Gehalt zu erhöhen. Bob Bob zitterte und bewegte sich auf das Lineal zu. Einen wahnsinnigen Augenblick lang dachte er daran, Scrooge damit niederzuschlagen, ihn festzuhalten und die Leute im Hof zu Hilfe und nach einer Zwangsjacke zu rufen. »Fröhliche Weihnachten, Bob«, sagte Scrooge mit einer Ernsthaftigkeit, die nicht missverstanden werden konnte, und während er ihm auf den Rücken klopfte. »Und fröhlichere Weihnachten, Bob, mein braver Bursche, als ich Ihnen viele Jahre gegönnt habe. Ich werde Ihr Gehalt erhöhen und mich bemühen, Ihrer so schwer ringenden Familie zu helfen. Und wir wollen Ihre Angelegenheiten gleich heute Nachmittag besprechen, bei einem dampfenden Weihnachtspunsch, Bob. Und jetzt machen Sie ein kräftiges Feuer und kaufen Sie einen zweiten Kohleneimer, ehe Sie den nächsten Punkt auf ein E setzen, Bob Cratchit. Scrooge übertraf diese Versprechungen noch. Er erfüllte sie und darüber hinaus noch so viele andere. Und klein Tim, der nicht gestorben ist, wurde er ein zweiter Vater. Er verwandelte sich in einen so guten Freund, einen so guten Herrn und einen so guten Menschen wie diese gute alte Stadt oder irgendeine andere gute alte Stadt, Gemeinde oder Ortschaft auf dieser guten alten Welt nur kannte. Manche Leute lachten, als sie seine Verwandlung bemerkten, aber er ließ sie lachen und kümmerte sich kaum um sie, denn er war klug genug, um zu wissen, dass auf dieser Erde nichts Gutes geschehen konnte, ohne dass es von gewissen Leuten spöttisch belächelt wurde. Aber weil er auch wusste, dass diese Leute blind durchs Leben gingen, hielt er es für besser, wenn sich um ihre Augen Lachfältchen bildeten, als dass ihre Krankheit weniger attraktive Formen angenommen hätte. Sein eigenes Herz lachte und das genügte ihm voll und ganz. Mit Geistern pflegte er keinen weiteren Umgang, sondern lebte von nun an nach dem Prinzip der vollkommenen Enthaltsamkeit. Es hieß immer von ihm, dass er Weihnachten richtig zu feiern wusste, falls das ein Lebender überhaupt verstand, möge das auch von uns zurecht behauptet werden, und zwar von uns allen. Und so, wie Klein Tim bemerkte, Gott segne uns, Gott segne jeden. Vielen Dank fürs Zuhören und fröhliche Weihnachten. Euer Flo und fröhliche Weihnachten.